Musik 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 Es gibt ein hohes Gulasch, weil es ist unser, ich glaube, alle keine Wolle, echt super wahr, ja. Ich gucke, dass das hier passt, ja, wenn das jetzt, stell dir mal vor, das wäre jetzt so. So, ich hänge hier so dran, dann kriege ich die Leute gar nicht so zu drücken. Wer kann, das ist eigentlich egal, und mich wundert es, dass alle Paneele ausschlagen, wenn man nur die Base-Strom hört, na gut, schauen wir mal. Zack, jetzt Hochgang, Achtung, Achtung, Hochgang. Scheiße. Wir sind die Bosteschapf Maulbach, viel Spaß mit dem folgenden Podcast. Wir haben heute unser zehnjähriges Jubiläum hier in der Stadthalle in Homberg. Wir hoffen auf eine gute Stimmung mit einer guten Band Ace of Hearts. Und ja, wir hoffen auf eine geile Veranstaltung und auf eine richtig schöne Party heute auch. Okay. Aber Mädels, schön euch zu sehen. Hey, bleibt doch mal da. Ist doch voll schön. Okay. Und weine nicht, wenn du Zwiebeln schneidest. Es gibt einen, der mit der Leiden. Ein... Es gibt einen paar wichtige Jahre, aber auch mich dann. Alles, alles geht vorbei. Ganz, 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 springen wir. Musik Ich hab' den Mann! Ich hab' den Mann, ich hab' den Mann! Ich freu's hier! Alles geil. Du hast was gemacht. Und? Ey, wie war's jetzt? Warte, stopp! Ich mach' ihn hier so. Zensier mich mal, ja. Ja, ähm, geht ab. Geht gleich noch mehr ab. Schnell, 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 schnell. So hat Arno schon lange nicht mehr erlebt. So einen geilen Abend. Hammer! Die Musik war super. Die Band war der Hammer. Wahnsinn! Die Maulwörcher-Botschaft ist der Wahnsinn. Die haben einen super Abend organisiert und hinbekommen. Einfach nur der Hammer! Top! Jedes Jahr, immer wieder! Juhu! Auf Maulwörm! Also, wir kommen aus dem schönen Kugelsbergreis von Lauda-Bareike. Und wir grüßen Angersbach und wir freuen uns heute auf die Angersbächer Kirmes. Und Wallastoff, die grüßen auch noch. Hi, ich bin Carlos. Ich bin der Steffen. Ich komme aus Rüttichheim und die Party-Type ist geil. Und wir grüßen die ganze Brotschaft aus Rüttichheim. Vatertag ist dümmisch bei uns. Kommt alle hin. Ja, zum Frühschoppen, da geht's richtig ab. Die Band ist voll gut! Ja, passt! Ja, eins für mich und eins vielleicht auch für mich. Ihr seid dran! Einfach nur die Frise nhưng die Brotschaft aus Launchamp internationale gefangen! Ihr seid covariate in Latein! Einfach nur die家 Frauen. Einfach nur die gefolgen, die quarantine in Latein! Einfach nur die röntgen, die drei Jahre Center! Ich freue mich echt hier zu sein, weil es echt in der Schule immer ist und ich freue mich echt darauf, dass ich meinen ersten Vorsitzenden habe, weil es einfach in der Schule ist und ich will euch echt grüßen rufen. Wohlstand überhaupt bleiben! Genau, Wohlstand überhaupt bleiben! Recht, die coolste Wohlstand überhaupt! Ich lade euch echt alle mal ein, weil wir machen immer auf Partys! Wahnsinn, geil! Geile Stimmung, geile Band, einfach ein geiler Abend! So muss das sein! Ja, so muss das sein! Geiler Abend, geile Band, ja, so muss das sein! Yeah! Also, hi! Ich bin David, das ist Melli und die suchenden Thomas und uns geht's gut, der Abend war geil und schönen Abend euch noch! Aber geiler Abend, Leute! Es läuft, es läuft wie Arsch! Nächsten Monat, selbe Zeit, selber Ort, ich bin da! Event ist supergeil, die Stimmung hier ist top! Gibt nichts besseres wie heute Abend hier in Hummerjung! Also, Sch clicked weiter! Musik Da bin ich Ich bin mir zu der Zeit, aber mein Herz ist der Frieden. Oh, ja, ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Dankeschön! Live long and prosper and peaceful im Gedenken an Lennart Nemo 1931 bis 2015. Das war Homberg-Ohm, es hat mega viel Spaß gemacht, ich hoffe wir sehen uns nächstes Jahr wieder in Homberg-Ohm, logischerweise, weil wir sind ja noch in Homberg-Ohm, also nächstes Jahr wieder in Homberg-Ohm, nächste Woche in Wenings bei uns, gerade um die Ecke, um die Ecke von Büdingen, also macht's gut, bis nächste Woche, beziehungsweise nächstes Jahr. War ganz cool heute, Spaß gemacht! Musik 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 Musik